Einbaulautsprecher kennt jeder. Man muss lediglich im Supermarkt nach oben gucken und sofort wird klar, das klingt nicht gut und sieht auch nicht gut aus. Dass das auch ganz anders geht, zeigen wir euch in unserem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Arbitec Studios, den Experten für smart-integrierte AV-Technik. Wer denkt, dass Einbaulautsprecher nicht auch phänomenal gut klingen können, der hat scheinbar bislang immer das Pech gehabt, die falschen Lautsprecher gehört zu haben und hat definitiv noch keine Bekanntschaft mit einigen der herausragenden Marken aus dem Portfolio der Arbitec gemacht. Einer dieser renommierten Hersteller ist Sonens. Der amerikanische Hersteller ist bekannt für sein gutes Sortiment an hochwertigen Einbaulautsprechern zu einem fairen Preis und hat jüngst große Teile seines Lineups neu aufgelegt. Viele der Produkte der begehrten Visual Performance Serie sind in den wohlverdienten Ruhestand geschickt worden. Dafür an den Start geht nun die brandneue Visual Experience Line. Damit möchte Sonens die Firmenphilosophie weiter stärken. Weil wir und auch Sonens das Thema Design an erste Stelle setzen werden. Und deswegen heißt es jetzt nicht mehr Visual Performance, um da quasi den Kreis zu schließen, sondern Visual Experience. Man sucht sich das Design, das Lautsprecher geht das aus. Dass der Begriff Performance von Experience ersetzt wurde, heißt aber noch lange nicht, dass Sonens in Zukunft weniger Wert auf Leistung legt. Eher ganz im Gegenteil, aber dazu später mehr. Doch Sonens möchte die Aufmerksamkeit mehr auf die stilvolle Integration von Lautsprechern in die moderne Innenarchitektur lenken. Und entsprechend wurde auch am Design der Lautsprecherabdeckung noch weiter gefeilt. Das Gitter war in der Vorgängerserie auch schon sehr schmal. Das war damals eine riesen Innovation. Der Rand war sehr schlank gehalten und magnetisch befestigt. Dieser Rand ist noch mal schmaler und eleganter geworden. Plus, dass man das Gitter in ein anderes Weiß gebracht hat, nämlich in RAL 9003. Rein Weiß heißt es dann auch oft. Und das ist der entscheidendste Unterschied im ersten Schritt. Dann kann man optional sich für ein Gitter entscheiden, ohne diesen Kunststoffrand. Der ist für viele optisch einfach ein Schritt nach vorne. Nicht für alle, weil er wirft einen kleinen Schatten. Manche finden das toll. Den kann man optional dazukaufen. Und mit diesem Trimless, also mit dem rahmenlosen Gitter, kann man den Lautsprecher dann auch noch mit einem Zubehörberurteil flächenbündig in die Wand bringen. Und was man auch noch machen kann bei der VX-Serie, ist das Gitter einfach lackieren oder lackieren lassen. Dann kann man sich an den Händler seines Vertrauens wenden und sagen, ich hätte die gern in schwarz, weil hier ist die Decke schwarz. Soll es ja Anwendungsbeispiele für geben. Oder eben auch in der größten Anpassungsstufe mit einem sogenannten Laserprint irgendwelche Holzmaserung draufprinten lassen. Oder ein Lieblingsfoto. Da wird es aber sehr abstrakt. Also die Kernaussage ist, die Gitter sind lackierbar. Die Lautsprecher gibt es in rund, klassischerweise für den Deckeneinbau und in rechteckig für die Wand. Während eigentlich alle Standardeinbau-Lautsprecher von VP in VX überführt wurden, werden uns einige spezielle VP-Produkte noch eine Weile begleiten. Von der VP-Serie wird uns noch ein, zwei, drei Modelle in einem Jahr begleiten. Und zwar die Sondermodelle könnte man sie nennen. Also die VP-TL-Modelle Thinline mit der niedrigeren Einbautiefe oder die Ultra-Thinline mit noch niedrigerer Einbautiefe. Oder die Extremvarianten für Feuchtraum- und Outdoor-Anwendungen. Die werden voraussichtlich in einem Jahr von den VX-Nachfolgern dann eben abgelöst. Wer aber schon heute einen Lautsprecher für Feuchtraum- oder Outdoor-Anwendungen aus der neuen VX-Serie haben möchte, der muss nicht warten, denn das Flaggschiff ist bereits darauf ausgelegt. Genau, also die VX, Q48, 68 und 88 mit und ohne R sind sofort Feuchtraum geeignet und Outdoor geeignet. Zusätzlich gibt es ein Zubehörteil, da kann man dann hinten den Lautsprecher noch schließen. Also sozusagen eine Backbox, die zwar das Volumen ein bisschen einschränkt, aber dafür wird der Lautsprecher marine-tauglich. Einer der Gründe, warum sich Sonens Einbaulautsprecher einer so großen Beliebtheit erfreut, liegt an dem übersichtlichen und gut strukturierten Portfolio, das für jeden Qualitätsanspruch, aber auch für kleinere Geldbeutel etwas bereithält. Es gibt die Einbaulautsprecher nämlich nicht nur in den Größen 4 Zoll, 6 Zoll und 8 Zoll, sondern auch nochmal pro Größe in bis zu 5 Qualitätsstufen. 0, 2, 4, 6 und 8. Das ist gerade in Multiroom-Audio-Anwendungen praktisch. Viele Kunden der Arvitec Studios lassen sich zum Beispiel hochwertigere Lautsprecher in ihrem Wohnraum einbauen. In weniger wichtigen Räumen, wie zum Beispiel der Gästetoilette, ist der Qualitätsanspruch vielleicht nicht ganz so hoch. Hier kann dann also auf einen etwas günstigeren Lautsprecher zurückgegriffen werden, ohne dass die grundsätzliche Klangcharakteristik des Lautsprechers eine völlig andere ist und auch das Gitter sieht vollkommen identisch aus. Und nach diesem Mix-and-Match-System kann man sich nun Raum für Raum überlegen, ob dort für eine Beschallung gesorgt werden soll und wie hoch der Qualitätsanspruch ist. Und für Leute mit besonders hohem Qualitätsanspruch hat Sonens das Portfolio nach oben erweitert und hat dafür James-Lautspeakers erworben, einen der bekanntesten Hersteller für hochwertige Custom-Audio-Lösungen. Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass Sonens zwar an erster Stelle Design-Architektur setzt, aber sich nicht nehmen lässt, die breiteste und mit Sicherheit performanteste Einbau-Lautsprecher-Serie am Markt anzubieten. Und da hat man auch nochmal deutlich nachgeschoben. Wenn man sich die Serie ein bisschen genau anschaut, wird man feststellen, dass es trotzdem noch dieselben gleichen Performance-Level gibt wie in der Vorgängerserie. Also es geht ja dann mit 0, 2, 4 und so weiter bis 6 hoch. Zusätzlich gibt es aber noch die maximale Performance-Level 8, also 48, 68, 88, jetzt gebrandet mit dem Markennamen James und ausgerüstet mit einem Quad-Titan-Hochtöner, der einfach maximale Performance bringt. Und im Zuge dessen, dass man eben die Performance 8 so weit ausgebaut hat, nochmal deutlich verbessert hat, hat man quasi aus der alten Serie, aus der Vorgängerserie, die Idee nach unten geschoben, sodass quasi der 66er eher einem 68er entspricht, der 64er eher einem 66er, wenn man sich die Specs anschaut. Und somit hat man quasi die Performance eine Stufe angehoben plus oben nochmal einen draufgesetzt. Wo genau die Unterschiede in der Qualität liegen, das erklärt euch ein Arvitec in einem persönlichen Beratungsgespräch. Einige der Lautsprecher aus dem Portfolio können auch in den Arvitec Studios testgehört werden. Vereinbart gerne einen Termin über das Kontaktformular auf www.arvitec.de. Wir halten uns immer auf dem aktuellen Stand, damit wir für euch die absolut beste und aktuellste Technik anbieten können. Deswegen arbeiten die Arvitec auch eng mit Mediakraft, dem deutschen Ansprechpartner für Sonens Produkte, zusammen. Also wir bei Mediakraft, uns ist das wichtig, dass wir unsere Fachhändler auch im neuesten und besten Stand halten. Und die Arvitec-Gruppe stellt da schon eine Besonderheit dar in vielerlei Hinsicht. Zum einen halten wir uns gegenseitig regelmäßig auf dem Laufenden und zum anderen treffen wir uns zu speziellen Events. Letztes Jahr auf dem Mediakraft Landhaus waren alle Avitecs vertreten und haben sich ganz speziell die Kartenlösungen angeschaut, angehört und ausprobiert. Und grundsätzlich ist das auch ein wichtiger Punkt, dass wenn man so ein umfangreiches Lautsprecherportfolio hat, sich damit auseinanderzusetzen, um eben für das Projekt, für die Situation immer das richtige Teil rauspicken kann. Bei sämtlichen Lautsprechern von Sonens handelt es sich um passive Lautsprecher. Das bedeutet, für den Betrieb ist auf jeden Fall ein Verstärker notwendig, der per Kabel an die Lautsprecher angeschlossen wird. Also wenn wir über Einbau-Lautsprecher reden, dann reden wir natürlich über Lautsprecher, die eine Endstufe brauchen. Die Lautsprecher sind passiv, wie man das so gewohnt ist von Lautsprechern, auch aus der Vergangenheit. Und da wir in der Regel über Multiroom-Audio-Anwendungen reden, reden wir von einer großen Stückzahl an Lautsprechern. Und da brauchen wir eben sogenannte Mehrkanal-Endstufen. Und Lautsprecherserien wie die VX sind da nicht so durstig. Die funktionieren schon sehr gut durch einen hohen Wirkungsgrad mit sehr kompakten Endstufen. Man kann aber immer mehr und gerade auch bei unsichtbaren Lautsprechern rausholen, wenn man in der Güte-Klasse der Endstufe dann versucht, ein paar Schritte nach oben zu gehen und dann eben DSP bemüht, dann am liebsten natürlich mit vordefinierten DSP-Einstellungen von der Endstufe vorgegeben oder von so nennt es einfach runterladbar sozusagen oder eben halt selber einmisst. Trotz allem ganz wichtig, die Endstufen mit DSP sind nicht zwingend notwendig. Sie holen und kitzeln eben nur noch mehr aus der Situation heraus. Viele der Veränderungen haben keinen direkten Nutzen für die Optik oder den Klang, erleichtern aber den Einbau der Lautsprecher immens. Genau, also in der VX-Serie hat man auch einige Wünschen von Installern Rechnungen getragen, dass man eben sagt, hey, diese Lautsprecher, wenn man die doch neu aufsetzt, wäre doch schön, wenn man die auch noch leichter in die Decke schrauben kann oder in die Wand einsetzen kann. Also hat man gesagt, wie können wir das verbessern? Zwei Optionen. Der Lautsprecher wird geliefert, wie man es gewohnt ist, wie man das aus der Vorgängerserie auch schon kennt. Dann kann man den Lautsprecher in das Loch reinbringen, in die Decke und dann mit nur zwei Umdrehungen den Lautsprecher befestigen. Das liegt ganz einfach daran, dass man die Führung von diesem Rotoclip-System verbessert hat und das Gewinde, das Schraubgewinde, deutlich steiler konzipiert hat. Und so hat man den Lautsprecher schnell eingebaut in der Wand oder in der Decke. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man den ganzen Tag Lautsprecher installiert und vielleicht sogar 8 Zoll für maximal Performance überall verteilt, dann kann das auf einer Leiter schon ganz schön fies werden, wegen dem Gewicht. In dem Fall kann man den Lautsprecher selbst, sozusagen das innere Teil, herausnehmen und nur mit dem Rahmen die Leiter hochgehen, zwei Umdrehungen festschrauben, schon vorher natürlich anklemmen, das setze ich jetzt einfach voraus. Natürlich muss ein Lautsprecher an das Kabel dran. Und dann muss ich im zweiten Schritt nur noch mit dem Lautsprecher hoch. Ich muss einen Leiter festhalten, kann den Lautsprecher nehmen, schaue nur auf die Ausrichtung, weil dahinter ist ein Terminal für die Verbindung zu dem Lautsprecherkabel. Einfach reinstecken, hält dann schon mal von selbst und dann festklipsen und fertig. Einfach um sich das Leben da zu erleichtern. Natürlich sind das zwei Schritte, zwei sehr leichte Schritte. Oder aber ich bleibe bei einem Schritt und gehe halt mit Kraft die Leiter hoch und habe dann am Abend solche Arme, die Entscheidung liegt beim Installer. Das ist alles offen. Wir finden es wichtig, homogene Systeme zu ermöglichen, die wie aus einem Guss klingen. Die VX-Serie ermöglicht das, doch in manchen Situationen sind Einbau-Lautsprecher nicht optimal oder lassen sich überhaupt nicht verwenden. Doch auch hier hat Sonens ein breites Angebot. Sonens als Marke betrachtet, bietet eine ganz breite Palette von Lautsprechern. Also wir haben jetzt ganz viel über Einbau-Lautsprecher und über unsichtbare Lautsprecher gesprochen. Es gibt natürlich auch andere Situationen. Zum Beispiel macht es manchmal Sinn, einen Lautsprecher quasi von der Decke hängen zu lassen, relativ hohe Decken oder irgendwelche offenen Bereiche. Und dann redet man von einem Pendel-Lautsprecher. Also erstmal ein ganz langes Seil, Drahtseil. Und da unten muss dann ein kompletter Lautsprecher dranhängen, der erstens schön aussieht. Das ist eine Herausforderung gewesen, dass der sich halt eben in diese Umgebung einblendet sozusagen und eben dort trotzdem auch eine Performance abliefert, die allen anderen Lautsprechern auch gerecht oder gleich kommt. Zusätzlich gibt es noch die Bauform für, ich sage jetzt mal, als Bügellautsprecher, für an die Wand oder an die Decke oder an einen Vorsprung, quer, hochkant. Da reden wir von einem Aufbau-Lautsprecher. Und letztendlich gibt es auch die Möglichkeit, Lautsprecher in Ecken zu bringen. Das ist manchmal eine ganz clevere Lösung im Outdoor-Bereich. Also Überdachung, wenn man dann zwischen zwei Balken irgendwas verstecken will. Gab es auch schon in Kinos, aufwendigen Kinos hat man das gerne gemacht. Diese ganzen Varianten können sehr wichtig sein und müssen am Ende konzeptionell auch in alle anderen Lautsprechersituationen passen. Wie ihr seht, gibt es unzählige Möglichkeiten. Damit ihr aber auch wirklich die richtige Lösung für euch findet, können wir euch nur noch einmal empfehlen, das Angebot eines unverbindlichen ersten Beratungsgespräches per Telefon oder in einem Arvitec-Studio wahrzunehmen. Es wird sich garantiert lohnen. Am Ende dieser ganzen Strecke liegt natürlich der Wunsch, diese Produkte möglichst gut zum Endkunden zu bringen. Und gut bedeutet nicht immer der billigste Preis. Gut bedeutet auch nicht immer das beste und schnellste Angebot. Gut bedeutet für die Situation, für das Projekt, für den Kundenwunsch, genau das richtige Produkt zu wählen. Das war es wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es und abonniert den Kanal und dann gibt es schon bald wieder jede Menge interessante Neuigkeiten von den Arvitekten. Bis dahin, euer Ecki Schmidt. Tschüss. Das war es wieder.